Portugal 2, 2 Frankreich, Euro 2020 Gruppe F Spiel Highlights Portugal und Frankreich standen sich in der Gruppe F der Euro 2020 gegenüber. Als der Kampf mit den Toren von Ronaldo und Bündselma 2 Doppelpunkt 2 endete, schrieb Portugals Superstar Cristiano Ronaldo erneut Geschichte. Das Spiel Portugal, Frankreich in der Gruppe F der Euro 2020 war Schauplatz einer großen Rivalität. Das Spiel endete 2 Doppelpunkt 2 mit vier gemeinsamen Toren. Portugal ging mit einem Elfmeter-Tor von Ronaldo in der 31. Minute mit 1 Doppelpunkt 0 in Führung. Frankreich reagierte in der 45. Minute mit einem Elfmeter-Tor von Karim Benzema und die erste Halbzeit endete 1 Doppelpunkt 1. Frankreich startete schnell in die zweite Spielhälfte und ging mit Benzema in der 47. Minute mit 2 Doppelpunkt 1 in Führung. Portugal reagierte auf dieses Tor mit Ronaldo in der 60. Minute und es stand 2 Doppelpunkt 2. Der Kampf endete 2 Doppelpunkt 2, da es in den verbleibenden Minuten kein weiteres Tor gab. Mit diesem Ergebnis steigerte Frankreich seine Punkte auf 5, Portugal auf 4 und rückte ins Achtelfinale vor. Portugals Superstar Cristiano Ronaldo hat mit seinen zwei Toren gegen Frankreich Geschichte geschrieben. Der 36-jährige Star erhöhte die Tore in der Nation.